Okay, herzlich willkommen auch von mir, moin moin, zum Joomla Flowmarkt hier in Hamburg. Wir haben, ja, draußen vor der Tür natürlich Hamburger Wetter und den Flowmarkt. Mein Name ist David Neukirchen, ich bin Webentwickler aus Köln und ich halte heute einen Vortrag über Rapid Application Development mit Joomla. Wir werden dabei ein Framework einsetzen, das sich FOF nennt. Viele von euch werden vielleicht schon davon gehört haben. FOF steht für Framework on Framework und wurde von Nikolas, und bei dem Nachnamen muss ich aufpassen, Dionysopoulos entwickelt, den werden die meisten von euch kennen, weil er coole Komponenten mit Akiba entwickelt hat, zum Beispiel Akiba Backup. FOF wird auch mit jeder Joomla Installation ausgeliefert, es ist Bestandteil des Cores. Und ist seit Joomla 3.2 im Core enthalten, allerdings in einer etwas älteren Version. Die Version ist 2.43. Wir werden uns heute mit einer etwas anderen Version beschäftigen, mit der neuesten Version, das ist die 3.01. Die kann man sich, wenn man sie benutzen möchte, auf akiba.com herunterladen, als ZIP-Datei, und die kann man wie jede andere Joomla-Erweiterung auch einfach in Joomla installieren. Auf die Key-Features, die habe ich jetzt hier nur mal ein paar beispielhaft aufgelistet, will ich gar nicht näher eingehen, ich will sie nur kurz durchgehen. Das Ganze basiert auf Convention over Configuration, die Ruby-Welt wird das kennen. Wir arbeiten viel mit Konventionen. Wir haben ein Feature drin, das sich HMVC nennt, das bedeutet, ich kann Views meiner Komponente in anderen Extensions oder in anderen Bestandteilen meiner Extension, meiner Erweiterung, sehr einfach wiederverwenden. Wir haben Namespaces, das ist cool für unsere eigenen Komponenten. Das kennt die Joomla-Welt so noch nicht, zumindest die Komponenten-Welt noch nicht. Wir haben ein super cooles Feature, was ich sehr befürworte, das ist der DE-Container, ein Dependency Injection-Container, der uns kurz gesagt ermöglicht, Services in einem Container zu registrieren und von unserer Applikation aus mehreren Bestandteilen sehr einfach diese Services abzurufen und entsprechende Dinge damit zu machen. Auch wer von euch schon mal Unit-Tests geschrieben hat, der wird sich darüber sehr freuen, denn das hilft einem sehr, wenn man Unit-Tests machen möchte. Wir haben als nächstes Feature XML-View-Templates, das heißt, unsere Views können, müssen nicht auf XML-Dateien basieren, das werden wir gleich sehen. Das ist ein optionales Feature, es gibt bestimmt Leute unter euch, die sagen, naja, das ist nichts für mich, ihr habt immer auch die Möglichkeit, den Joomla-Standard zu verwenden. Wir haben automatische JSON- und CSV-Views, das heißt, wenn ihr einmal eure List-View für eure Komponente entwickelt habt, ist es sehr einfach, daraus eine JSON-Datei zu generieren oder ein CSV. Macht Sinn für Web-Services, macht Sinn für Export-Features für eure Kunden, all das ist mit FOF standardmäßig mit dabei, kann noch konfiguriert, modifiziert und natürlich auch abgeschaltet werden. Wir haben Media-File-Overwrites, ich glaube, David, hilf mir, ich glaube, das kann Joomla mittlerweile auch, oder? Ja, heißt eigentlich, Template-Overwrites kennen wir, Media-File-Overwrites heißt, ich kann auch die CSS- und JavaScript-Dateien meiner Komponente überschreiben, indem ich einen entsprechenden Ordner im Template anlege. Okay, was machen wir heute? Wir werden eine Komponente mit FOF entwickeln, eine Joomla-Komponente mit FOF entwickeln und wir sind in Hamburg, deswegen habe ich gedacht, wir machen irgendwas, was einen Bezug zu Hamburg hat. Das sind die zwei Datenbank-Tabellen, die ich schon mal angelegt habe. Wir werden eine Verwaltungskomponente für Schiffe und Schiffstouren schreiben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Schiffe, die haben ein paar Eigenschaften, eine maximale Passagieranzahl, eine Geschwindigkeit, eine Beschreibung, ein Bild etc. und wir haben Schiffstouren, die haben ebenfalls ein paar Eigenschaften, einen Titel, ein Bild, einen Preis, eine Abfallszeit, eine Beschreibung, ein Startdatum, ein Enddatum etc. Das habe ich für euch schon mal angelegt, weil das wäre für die Präsentation zu aufwendig. Ich habe auch schon mal ein paar Demo-Beiträge, Demo-Touren für euch angelegt. Die eine lösche ich mal, die erstellen wir gleich neu. Dann geht es weiter, es ist ungefähr klar, was wir entwickeln wollen. Schiffstouren, Schiffe, eine Schiffsverwaltungskomponente, wir haben den Auftrag, das relativ schnell umzusetzen. Ich habe schon mal FOF 3.0 installiert, habe ich gerade gezeigt. Ich habe auch schon die Komponente mal installiert und in einer Basisversion, das sind fünf Dateien, diese fünf habe ich schon mal erstellt und die Komponente in Joomla installiert. Wir gehen die kurz durch. Das ist Joomla-Standard, das hat nichts mit FOF zu tun. Wer schon mal Joomla-Erweiterungen entwickelt hat, der wird diese Dateien kennen. Wir haben eine Access.xml-Datei und ihr seht, Joomla arbeitet intern auch jetzt schon mit XML-Dateien. Da kann ich die ACL-Einstellungen meiner Komponente verwalten. Ich habe eine Config.xml-Datei, die ist leer, weil wir keine Konfigurationseinstellungen in dieser Komponente haben werden. Damit könnte ich Komponenten-Parameter für meine Komponente definieren, die dann in den Komponenteneinstellungen im Backend angezeigt werden. Wir haben unser Installationsmanifest, das sollten die meisten von euch kennen. Ich habe es mal so klein wie möglich gehalten. Damit sage ich Joomla, wie meine Erweiterung installiert werden soll und wo. Und wir haben zwei Dateien, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Wir haben zum einen die fof.xml, das ist eine wichtige Datei für fof. Hier sage ich fof, wie meine Komponente oder wie meine Erweiterung funktionieren soll. Auch XML-basiert, ich definiere ein paar Dinge, wir werden gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Und wir haben den Einstiegspunkt für meine Backend-Komponente, das ist die Joomla-Namenskonvention. Meine Komponente heißt com-jdd und ich nenne die Datei als Einstiegspunkt jdd.php. Und hier kann ich meine Komponente verwalten. Das sehen wir auch schon, wir verteilen uns mal kurz, hello, hello, jdd. Und wenn ich jetzt meine Komponente im Backend aufrufe, na, die will ich nicht. Das ist meine Komponente, dann sehen wir, okay, wir haben eine Komponente. Das ist natürlich noch nicht alles. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, löschen das und als erstes wollen wir feststellen, ob fof installiert ist und zwar in der Version, die wir benötigen. Da schreiben wir eine einfache if-Abfrage und wir überprüfen, ob die Konstante bereits definiert wurde. Wenn fof noch nicht zur Verfügung steht, dann schmeiße ich eine Runtime-Exception und sage dem User, was das Problem ist. Geben wir noch eine kleine Info dazu. fof 3.0 is not installed. Wem was jetzt zu viel wird? Wir werden sehr, sehr wenig PHP-Code schreiben. Das sind somit die einzigen Zahlen PHP-Code, die wir heute schreiben werden. Das überprüfen wir kurz. Wir gehen ins Backend, gucken, ob es passt. Okay, fof 3.0 ist nicht installiert. Ich gebe noch den Fehler-Code mit an, weil da ist eine Null, die ist nicht sonderlich aussagekräftig. Ich sage, das ist ein 500er-Fehler. Okay. Als nächstes, das komische ist, ich habe fof natürlich schon installiert für euch, haben wir eben gesehen. Wir müssen die Dateien aber noch inkludieren. Ich unterdrücke die Fehlermeldung. Ja, ja. Ich lade die include.php-Datei aus dem Joomla-Framework, äh, aus dem FVF-Framework und habe da irgendwo einen Fehler. Ah, ja, da. Ich drücke das mal ein. Wunderbar, das hat funktioniert. Die Runtime-Exception ist verschwunden, die wird nicht geschmissen und wir haben wieder eine weiße Seite. Gut, jetzt haben wir noch nicht viel gewonnen. Wir werden uns jetzt aus dem Dependency-Injection, aus dem Container, aus dem DI-Container einen Service holen, der sich Dispatcher nennt. Dazu rufen wir den Container auf. Das geht relativ einfach. Und holen uns eine Instanz mit unserem Komponentennamen, kommt JDD. Greifen dann auf den Dispatcher zu. Und der soll nicht viel machen, außer zu dispatchen. Der Dispatcher in FOF ist so das Einstiegstor. Er regelt eigentlich, er versucht zu erkennen, welche, er weiß, welche Komponente ihr aufrufen wollt. Er versucht zu erkennen, welchen Controller, welches Model, welchen View ihr benötigt. Das ist kein Problem. Wir prüfen explizit auf FOF 3.0. Die alte hat keinen Container. Nee, die alte hat keinen Container. Und auch hier, Entschuldigung, ich habe die Namespaces hier oben als Use-Statement. Ihr seht, ich hole mir auch hier ganz explizit den Container von FOF 3.0. Das heißt, wenn es eine FOF 4.0-Version gibt, auch die wird genamespaced sein, kann ich den FOF 3.0-Container ganz explizit anfordern. Okay, soweit ist FOF eingerichtet. Wir gucken uns an, was passiert ist. Aha, wir haben wieder einen Fehler, hat uns nicht weitergebracht. FOF versucht jetzt, beziehungsweise der Dispatcher versucht jetzt, das seht ihr da, da steht Layout Auto.com.jdd.tours.default. Wurde nicht gefunden. Versucht jetzt zu erkennen, was ist mein Default View, was ist mein Default Controller und versucht mit diesem Controller zu arbeiten. Der Controller ist nicht da, weil wenn wir in den Code gucken, wir haben ja nur diese 4, 5 Dateien. bisher erstellt. Es gibt aber ein cooles Feature, das sich Scaffolding nennt. Wenn ich Scaffolding aktiviere, werden die MVC-Objekte, die ich normalerweise schreiben muss für Joomla-Komponenten, also an diesem Punkt, wenn ihr eine Joomla-Komponente schreiben wollt, seid ihr jetzt dabei, Controller zu erstellen, Models zu erstellen, Views zu erstellen, etc. Alles relativ viel Aufwand. Ich aktiviere einfach dieses Feature in der FOF.xml. und schaue, was passiert. Fertig. FOF hat anhand unseres Datenbank-Schemas erkannt, was wir mit unserer Komponente machen wollen. Es hat erkannt, welche Listen-Views es gibt anhand der Datenbank-Tabellen, es hat erkannt, welche Felder es gibt und standardmäßig wird erstmal alles dann auch rausgehauen. Das heißt, wir haben hier oben im oberen Bereich relativ viele Filter, wir haben standardmäßig alle Felder unserer Datenbank in der Tabellenspalte bis auf ein paar Magic-Fields. Das ist natürlich jetzt etwas, was keinen Designpreis gewinnt. Also wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, das anzupassen. Aber es hilft uns, relativ schnell zu einem vorzeigbaren Ergebnis zu kommen. Wie gesagt, wir können uns die Datenbank anschauen. Wir haben, wir werden uns die Struktur nochmal anschauen von den Touren. Wir haben all diese Felder, die wir hier nur in der Datenbank definiert haben, jetzt schon in unserer Joomla-Komponente fertig. Wir können diese Joomla-Komponente auch schon verwenden. Das heißt, wir können jetzt einen neuen Eintrag erstellen, können ein Schiff zuweisen, geben dem einen Titel, können Bilder auswählen. Kommen wir jetzt gleich zu. Also wir sehen in unserem Code, wir haben noch nichts gemacht. Wir haben gar nichts erstellt. Wir haben keinen Controller, wir haben kein Model, wir haben kein View, gar nichts. Aber trotzdem funktioniert es. Über Konventionen. Weil es immer wieder das Gleiche ist, was wir in unseren Joomla-Komponenten machen, versucht FOF diese Prozesse zu vereinfachen und zu automatisieren und erstellt uns diese Objekte. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Wir geben einen Preis an. Sagen hier. Wählen ein Datum aus. Was war die Frage? Ja. So, ich speichere das Ganze. Okay, die Language-Strings sind noch nicht mit dabei. Also ein bisschen Arbeit. Das ist auch kein Feature, was man produktiv einsetzen sollte. Es dient wirklich dazu, schnell etwas zu generieren. Rapid Application Development. Okay, unser neuer Eintrag wurde erstellt. Wo haben wir ihn? Wir haben das Schiff Arthur Princess. Wir haben einen Titel. Wir haben ein Bild. Was haben wir hier in der Spalte? Wir haben eine Beschreibung dazu, etc. Also das ist schon voll funktionsfähig. Allerdings haben wir keine Möglichkeit, das jetzt anzupassen. Wir haben auch Filter schon. Das heißt, wir können sagen, okay, ich möchte nur alle Touren von Queen Mary angezeigt bekommen. Das funktioniert. Wir können alle Filter hier oben benutzen. Das ist alles kein Problem. Und wir haben natürlich auch die Ansicht für unsere Schiffe. Die zeige ich euch jetzt gleich. Das ist auch eine Konvention, das Feld heißt Image. Erkennt es. Das erkennt er. Man kann aber über Konfiguration auch Felder, die nicht Image heißen, als Imagefelder deklarieren. Also das ist kein Problem. Das ist unsere Schiffsliste. Wir haben die Queen Mary, wir haben die Adler Princess und wir haben die Aphrodite. Das sind drei Schiffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und jetzt müssen wir natürlich, weil das können wir nicht abliefern. Wir müssen natürlich eine Möglichkeit finden, diese Views irgendwie anzupassen, zu modifizieren. Und dafür gibt es ein Feature, das nennt sich Safe Scar Folding. Safe Scar Folding schreibt das, was FOF intern jetzt für uns generiert hat, in XML-Dateien. Ich werde das einmal kurz zeigen. Wir aktivieren das Feature und jetzt rufe ich einfach jeden View meiner Komponente einmal kurz auf. Ich beginne mit der Schiffsliste. Gehe dann in die Schiffsdetailansicht, also in die Formularansicht. Mache nichts. Ich muss, wie gesagt, den View nur einmal aufrufen. Gehe dann in unsere Tourenliste. Habe die Tourlistenansicht geladen und lade jetzt die Tourdetailansicht. Wenn ich jetzt zurück in den Quellcode gehe, aktualisiert sich das und es wurden automatische Views für mich erstellt. Schauen wir uns mal, es sind zwei Dateien, formdefault.xml und form.xml. Default für die Listenansicht, form für die Formansicht. Wir öffnen die Datei einfach mal. Ich mache mal die Sidebar weg und formatiere das ein bisschen. Das sind jetzt XML-Dateien. Das Prinzip ist in Joomla schon bekannt. Es ist ähnlich wie JForms. Wenn ihr JForms benutzt habt, wisst ihr, dass ich meine Inputfelder über XML-Attribute definiere. Ich habe einen Namen, eine Beschreibung, kann sagen, ob es validiert werden soll oder nicht. Das ist genau das gleiche Prinzip hier. Nur FF treibt es noch einen Schritt weiter und sagt, ich kann nicht nur meine Inputfelder definieren über XML-Form, sondern meine Listenansichten auch, meine Detailansichten auch. Ich kann fast alles damit konfigurieren. Okay. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, das so ein bisschen anzupassen, damit wir am Ende etwas Vorzeigbares haben. Gucken wir mal, was wir machen. Als erstes stören mich oben die Filter. Da will ich eigentlich nur den Titelfilter auf der linken Seite, weil ich finde, der reicht aus. Die Filter hier auf der linken Seite, die finde ich okay, die sollen da bleiben, aber alles andere soll weg. Zusätzlich werde ich im ersten Schritt schon die Beschreibung und das Feld Departure aus der Liste entfernen, weil das einfach zu viel Textinformation für eine Tabelle ist. Das ist nicht übersichtlich. Das machen wir relativ einfach, indem wir einfach die entsprechenden Felder im Header und in der Tabelle selbst entfernen. Wenn ich jetzt zurück auf die Seite gehe, aktualisiere, sieht schon besser aus. Immer noch nicht zufriedenstellend. FF weiß, dass du jetzt daran gearbeitet hast, wenn die Datei einmal existiert, wird sie nicht überschrieben. Das wäre natürlich blöd. Nee, das habe ich immer noch aktiviert. Er merkt, dass du... Wenn du das auf 0 stellst, macht das gar nicht, aber du kannst es auch auf 1 lassen. Solltest du für den produktiven Einsitz nicht machen, aber du kannst es auch auf 1 lassen. Wenn du schon an der Datei gearbeitet hast, wenn diese Datei existiert, dann überschreibt er sie nicht. Das heißt, du kannst Änderungen daran vornehmen, ohne dass FOF sie nochmal überschreibt. Auch wenn man die Viewset-Version nochmal neu... Dann würde er sie wieder neu generieren. Genau. Auf der Seite der Datei gefangen wird. Bitte? Auf der Seite der Datei. Genau. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass das Safe-Scar-Folgen-Feature ist noch nicht 100% ausgereift. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die noch verbessert werden müssen, aber es macht das, was es soll. Es hilft uns relativ schnell, zu etwas zu kommen, das wir anpassen können. Das Feature ist in FOF 3. Also, das funktioniert, aber es gibt da noch einzelne Probleme, auch mit einzelnen Feldtypen. Aber nichtsdestotrotz, ist cool. Okay, wir müssen ein bisschen schneller machen. Okay, die beiden Spalten haben wir jetzt entfernt. Wir haben hier oben noch den Preis- und den Start- und Enddatumfilter. Die wollen wir auch entfernen. Standardmäßig, also den Preis, da sehe ich hier im Header, ist der Formfield-Type auf Searchable. Und wenn ich den umändere auf Field, das ist alles sehr gut dokumentiert. Also, wenn ihr mit FOF arbeitet, dann werdet ihr die Dokumentation im zweiten Tab aufhaben. Das sind einfach eine Unmenge an Feldern, an Feldtypen und an Attributen, die ihr einstellen könnt. Das kann sich kaum jemand alles merken. Ich habe jetzt das Preisfeld von Searchable auf einen normalen Field-Type gesetzt und oben ist mein Filter für den Preis verschwunden. Das Gleiche mache ich jetzt für die Datumsfelder. So, die nehme ich auch raus. Und schon sieht das Ganze etwas besser aus. Wir werden jetzt die Reihenfolge noch ein bisschen ändern. Ich werde das Bild ganz nach vorne setzen, dann die Enabled-Spalte, dann den Titel und dann das Shift. Die Reihenfolge kann ich ändern, indem ich einfach die Reihenfolge in meiner XML-Datei ändere. Wir haben gesagt, wir wollen das Bild ganz vorne haben. Dann wollen wir die Enabled-Spalte. Als nächstes den Titel. Der Titel ist auch weiterhin durchsuchbar. Ja, ihr seht auch, FOF hat auch bei den Language-Strings, seht ihr hier im Label, eine Konvention benutzt. Die ist relativ einfach, COM, Komponentenname, View-Name und dann Feldname und dahinter dann das Label, LBL für Label und Description für Description. Die kommt dann gleich. Und FOF hat auch für uns, ich hasse es übrigens, Language-Dateien zu schreiben, die Language-Datei schon erstellt. Sehr cool. Muss ich nur noch anpassen. Das gleiche muss ich natürlich in der Tabelle vornehmen. Wir wollten das Bild ganz vorne haben. Dann wollten wir die Enabled-Spalte. Das ist das Published-Unpublished-Feld. Als nächstes den Titel. Und dann das Schiff. Wenn ich das jetzt aktualisiere, habe ich die richtige Reihenfolge. So, als nächstes wollen wir diese Spalte ein bisschen formatieren, weil ich habe Bilder einfach jetzt aus dem Internet kopiert und da reingeladen. Die sind nicht alle gleich groß. Wir sagen, der Image-Spalte, dass hier nur maximal 50 breit sein darf. Sieht schon besser aus. Das Datum gefällt mir noch nicht ganz so gut. Das ist einfach jetzt das Datum aus der Datenbank. Ich habe die Möglichkeit, bei den Kalender-Form-Fields habe ich ein Attribut, das nennt sich Format. Hier gebe ich einfach das Format an, das ich haben möchte. Aktualisiere das Ganze. Okay, Datum, Uhrzeit ist mit dabei. Der Preis, das ist ein, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Fehler ist. Ich habe es nicht gedebuggt, aber der Preis wird nicht angezeigt. Das liegt daran, dass es hier ein Integer-Field ist. Ich konnte es nicht debuggen, ich weiß es nicht, aber wenn ich es umstelle auf Text, dann wird auch der Preis angezeigt. Ist weiterhin auch sortierbar. Okay, der View ist nahezu fertig. Wir können ihn voll benutzen. Wir können Einträge erstellen, wir können Einträge löschen, wir können Einträge verwalten. Wir können alles machen, alle Crowd-App-Probationen, die es zu einer Standard-Joomla-Komponente benutzt. Und wir haben gerade 10 Minuten dafür gebraucht. Was genau meinst du? Das sind Bootstrap-Klassen. Das sind die normalen Bootstrap-Klassen. Das durchs JDA-Out läuft. Ich glaube auch nicht. Okay, unser Listen-View für die Touren ist fertig. Wir gucken uns kurz den Detail-View an. Gehen wir mal in unsere Tour Olivia Ahoi, Hamburg schräge Partyhafenrundfahrt. Ich habe schon Joomla-Komponenten gesehen, viele sogar, die genauso oder schlechter aussehen. Aber wir wollen es trotzdem ein bisschen anpassen. Dazu öffne ich hier die Form.xml-Datei. Und auch hier sehe ich wieder, das ist relativ einfach gehalten, ich habe einfach meine Form-Fields. Das ist sehr ähnlich zu J-Form, nur dass eben der komplette View gerendert wird und ich keinen PHP-Code mehr schreiben muss. Wir werden eine Tab-Ansicht gestalten. Ich will zwei Tabs haben. Auf der einen Seite Basisinformationen, auf der anderen Seite erweiterte Einstellungen für unsere Touren. Dazu erstelle ich zwei Field-Sets. Eins habe ich schon von FOF generiert, das nenne ich Basic. Und ein zweites Field-Set werde ich erstellen. Und alle Felder, die ich in dem zweiten Tab anzeigen lassen möchte, die kopiere ich jetzt einfach in das zweite Field-Set. Das nenne ich Name-Advanced. Kopiere kurz das Label. So, was packen wir in den Advanced-Tab rein? Wir nehmen das Startdatum, das Enddatum. Wir nehmen die Abfahrt und den Preis. Und wir nehmen das Schiff. Wenn ich den View jetzt aktualisiere, hat sich noch nicht viel getan. FOF weiß noch nicht, dass wir Tabs haben wollen. Das kann ich FOF aber sagen. Ich sehe schon, wir haben zwei Field-Sets, auch im HTML gerendert. Und ich möchte FOF jetzt sagen, okay, das sollen in Tabs dargestellt werden. Da gibt es ein Attribut auf dem Form-Element. Das nennt sich tabt gleich eins. Und gleichzeitig gebe ich meinen Field-Sets die Bootstrap-Klassen. Ich kann das über ein Class-Attribut. Tab, pane ist das bei Bootstrap. Das gleiche mache ich für das zweite. Boot-Set, tab, pane. Aktualisiere das Ganze. Okay, ich habe Tabs. Cool. Standardmäßig ist jetzt noch kein Tab aktiv. Das kann ich einfach ändern, indem ich dem ersten Tab oder dem zweiten, wie ich möchte, ein Active-Element hinzugebe. Wenn ich jetzt aktualisiere, ist der erste Tab ausgewählt. Ich kann hier meine Einstellung vornehmen und dann den zweiten Tab auswählen. Okay, das war es fürs Backend. Wir sind mit dem Backend durch und gucken uns jetzt das Frontend an. Ich habe, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil für die Schiffe wäre es jetzt das Gleiche. Da gibt es nicht viele Unterschiede. Da habe ich eine Branche gestellt. Ich setze sie mal zurück. Hat nicht ganz funktioniert. Warum nicht? Ich versuche es einfach hart. Nein. Was sagt er? Ich hoffe, das passt. Ich habe das schon mal vorbereitet für unsere Schiffsliste. Oh, oh. Das haben wir jetzt. Du hast den Schumler kaputt gemacht. Nein, bitte nicht. Ja, natürlich. Bitte nochmal. Entschuldigung. Ja. Du hast die Wahl. Du kannst sowohl XML-Views als auch PHP-Views erstellen. Das heißt, du könntest jetzt ganz klassisch, wie du es von Komponenten kennst, einfach eine Default.php in das Verzeichnis legen, könntest da auf dein Item oder auf deine Items zugreifen. Mit this-Items. Genau, du kannst das auch mixen. Du kannst auch eine PHP-Datei erstellen und auf die gerenderte Form zurückgreifen. Wir müssen nur gerade mal gucken, warum wir Joomla kaputt gemacht haben. Sehr gut, Leute. Zum Glück habe ich hier noch einen... Ein Trash müsste es noch sein. Du hast den Trash verschoben. Ja? Ja, kannst du aus dem Trash wieder herstellen. Ah, sehr gut, danke. Du hast es wieder nochmal aufgerufen. Sehr gut, danke. Das war mein Fehler, nicht FOS. Genau, das war mein Fehler. Ja, das war der andere Daumen. Auf jeden Fall haben wir eine Abendschuld. Das ist sowieso immer so. So, also ihr seht, ich habe jetzt nur ein bisschen vorgearbeitet schon. Das hat nicht lang gedauert. Ich habe für die Schiffsansicht das Gleiche schon mal vorgenommen, das Bild ein bisschen kleiner gemacht, das Datum formatiert. Hier habe ich das Datum so formatiert. Wo haben wir es denn? Genau, das ist das Baujahr, das ist nur das Jahr angezeigt wird. Okay, gehen wir ins Frontend. Ja, das läuft über Verhaltensweisen auf dem Model. Da kommen wir gleich zu. Werde ich gleich noch eine weitere Verhaltensweise, Model Behaviors, definieren. Wenn du in unsere XML-Datei guckst, dann sehen wir hier schon, ich habe ein Behavior schon hinzugefügt, standardmäßig für alle Models in meiner Applikation, das ist das Filters-Behavior. Das sorgt einfach dafür, dass ich meine Listen filtern kann. Kann ich auch ausstellen. Und ich habe nur eine FOF-Datei für Frontend und Backend. Ich könnte jetzt das Verhalten aus dem Backend-Model überschreiben, indem ich einen Frontend-Tag anlege. Und dann mein Model definieren. Okay, im Frontend, ich mache das Backend mal zu, im Frontend haben wir auch nur unsere Einstiegs-Datei, also nur unsere Einstiegs-File für Joomla. Die sieht genauso aus wie die in unserem Backend. Also auch hier, ich prüfe, ob FOF installiert ist, ich hole mir eine Instanz aus dem Container und Dispatcher. Ich habe weiterhin Scaff-Folding aktiviert, sodass auch im Frontend jetzt meine Views für mich generiert werden. Wir rufen dafür das Frontend einmal auf, gehen einmal auf die Schiffstouren. Gleiches Prinzip, sieht im Frontend natürlich noch beschissener aus als im Backend, aber das Prinzip ist das gleiche. Auch hier kann ich schon filtern. Hamburg ist, glaube ich, Olivia kann man filtern. Und ich kriege nur den einen Antrag eingezeigt. Die Menü-Zurweisung ist genau wie der andere Komponente. Richtig. Das ist aber ein bisschen blöd. Ich muss bei den Views in FOF einer anderen Namenskonvention folgen, muss ich einen zusätzlichen View-Ordner erstellen. Bei FOF ist es so, dass die Ordner mit einem großen Anfangsbuchstaben und Singular geschrieben werden. Joomla-Konvention ist Views, kleingeschrieben und Plural. Wenn ich jetzt Backend-Views erstellen möchte, erstelle ich in meiner Komponente einen Views-Ordner, kleingeschrieben Plural und erstelle da einfach nur Default.xml, wie ich es von Joomla kenne und habe dann meine Menü-Link-Verknüpfung. Okay, schauen wir rein. Wir haben gesehen, die Views wurden jetzt auch schon wieder für uns erstellt. Wir haben bis jetzt nur die Listenansichten aufgerufen, deswegen existieren nur diese Listenansichten. Und jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Wir haben jetzt schon Dateien und ich rufe jetzt eine Detailansicht auf. Auch hier, das kann man so nicht verkaufen, ist das klar, aber ich habe super schnell etwas Vorzeigbares produziert. Die Listenansicht... Kann man abgeben, das ist ein Design-Team. Genau, jetzt kommt das Design-Team. Programmierteil ist erledigt, jetzt kommen die Pixel-Tips an. Ja, aber ich verkaufe keinen Geschmack. Okay, wir haben im Frontend jetzt auch unsere Views für uns erstellt. Ein Feature will ich noch zeigen. Wir haben Frontend-Editing out of the box. Ihr müsst dafür nichts mehr machen. Wenn FOF erkennt, ich bin jetzt eingeloggt als User. Ich bin gar nicht eingeloggt, ich bin ein Gast auf der Website. Alles klar, dann weiß FOF, zeigt den Detail-View an. Zeigt das an. Wenn ich mich jetzt hier als Admin einlogge, Frontend-Editing mit dabei. Kann man natürlich deaktivieren, sollte man unter Umständen auch, je nachdem, was für eine Komponente das ist. Es gibt nur keine Toolbar. Das müsste man jetzt noch zusätzlich konfigurieren. Also ihr könnt diese Form zwar editieren, aber ihr könnt sie nicht speichern, ihr müsst die Toolbar noch hinzufügen. Und auch hierfür wurde mir eine XML-Datei erstellt, die form.xml. Hat das eine besondere Bewandtes eigentlich, dass man eine Form-Pfix ist? Konvention. Weil wenn er vergleichen kann, kann er nicht werden. Ja. Es ist eine Konvention, nicht alle Namenskonventionen entsprechen dem, was man erwartet. Nee, er hat gesagt, dass es noch andere Pfixe gibt. Nee, das ist historisch gewachsen, weil er hat das ja als seine XML-Forms gemacht und dann später erst gedacht, da kannst du ja auch eine Liste mitmachen. Und dann macht sein Form-Processing jetzt auch Liste. Okay, cool. Wir sind, bin ich richtig, wir sind bei den Touren, sind wir auch im Frontend bei den Touren und wir wollen jetzt diese Listenansicht entsprechend modifizieren. Die einfachste Möglichkeit, die Filter loszuwerden, da oben wäre zu sagen, Show Header deaktivieren. Wenn ich das dann auf Null setze, werden die Header nicht gerendert. Ist aber jetzt nicht sonderlich toll. Wir werden den etwas aufwendigeren Weg gehen. Wir entfernen wieder die Felder, die wir nicht haben wollen und setzen die Attribute, die nicht durchsuchbar sind, auf Field. Das ist das Gleiche wie im Backend. Wir nehmen erstmal die Road Select-Column raus, das ist dieses Häkchen hier, das macht im Frontend keinen Sinn. Dann setzen wir wieder alles, was wir nicht durchsuchbar haben wollen, auf Field. Das ist der Preis, die Abfahrt, die Description, Abfahrt und Description löschen wir direkt ganz, wollen wir nicht haben im Frontend. Zumindest nicht in der Listenansicht. Was fehlt jetzt noch? Die Start- und Enddates. Okay, das sieht schon etwas besser aus. Enabled-Column macht im Frontend auch keinen Sinn, die nehmen wir auch raus. Das ist hier auf der rechten Seite unser Häkchen mit dem Button. Alles, was im Frontend-Aktion noch wieder im Frontend gerendert wird, denke ich, das fehlt draußen immer. Ist dann auch die Controller-Aktion verbunden? Deswegen solltest du das im Frontend nicht benutzen. Es dient wirklich nur, du musst es später so konfigurieren, es dient wirklich nur dazu, schnell ein Gerüst aufzubauen, womit du später arbeiten kannst. Das ist also ACL-Einstellung, um den Poster-Förerung, das ist doch sehr wichtig. Genau, das Schöne ist aber auch ACL-Einstellung. Alles, was du brauchst, kannst du über die fof.xml definieren. Und das macht, ist nicht viel Arbeit. Okay, wir werden auch den View noch ein bisschen stylen. Wir setzen das Bild nach vorne. Wir haben hier einen Link generiert. Und das ist nicht ganz einfach, weil XML ist nicht dynamisch. Ich kann in XML keine Parameter einsetzen. Das funktioniert in fof so. Ich habe ein Attribut, das nennt sich URL. Hier gebe ich die URL an und ich habe Placeholder, die dann durch den jeweiligen Wert des Items ersetzt werden. Wenn ich Item, Doppelpunkt, alles großgeschrieben, ID verwende, wird da die ID des jeweiligen Eintrages eingesetzt. Ich könnte auch auf jedes andere Feld dieses Datenbank-Eintrages zugreifen. Ich könnte auch den Title benutzen. Wir nehmen aber die ID. Zusätzlich wird noch das Form-Token mit angefügt. Das brauchen wir auch nicht. Lassen wir mal raus. Okay, wir tauschen kurz das Bild. Wir setzen das Bild an den Anfang. Ja? Genau, sobald du diesen Parameter URL angibst. Das ist ein Parameter, wenn wir in das FOF-Wiki gucken und hier einmal das Text-Field und uns die Dokumentation zum Text-Field angucken, dann sehen wir hier recht gut dokumentiert. Hier ist dieses Field Tag Replacement beschrieben. Wo ist der URL? Hier oben haben wir das URL-Attribut. Das haben nicht alle Feldtypen, aber einige haben es. Und wenn ich ein Feld brauche, das es so noch nicht gibt, dann schreibe ich wie bei Joomla auch meinen eigenen Feldtypen. Okay, wir waren gerade dabei, das Bild zu tauschen, wollen danach den Titel anzeigen. Ja. Ja, ja, danke. So, das Schiff, dann den Preis und dann das Datum. Beim Datum werden wir auch wieder ein Format angeben. Was gibt es ein Format? Das ist ein Format. Du kannst, es gibt ein Attribut auf dem Date, auf dem Kalender-Field, das dir das ermöglicht. Du kannst auswählen, ob du die User-Timezone verwenden möchtest oder die Server-Timezone. Ich meine, das Format, ich glaube, das ist nicht implementiert bisher. Bin ich mir aber nicht sicher, müsste ich auch in die Dokumentation gucken. Ansonsten, wie gesagt, schreib dein eigenes Feld, ist kein Akt, kannst du Kalender-Feld erweitern und dann einfach diese Funktionalität hinzufügen. Okay. Ich finde, ja gut, der Preis, da haben wir das gleiche Problem wie im Backend. Ich finde, das kann man schon zumindest angucken, ohne an Augenkrebs zu leiden. Kommen wir zur Detailansicht. Detailansicht, wir haben die Möglichkeit in der Detailansicht, also nicht nur in den Detailansichten, wir haben in allen Ansichten die Möglichkeit, auch CSS-Dateien zu laden, über unsere XML-Datei. Gucken wir uns mal. Das heißt, wenn du eingelogt bist als Admin und du hast die Spot-Erd-Admin und kannst du den nicht mehr normal angucken, den Artikel? Das geht nicht. Das könnte man konfigurieren, dass der Admin auch standardmäßig erst auf den Read-View kommt und dann auf den Edit-View. Weil man soll dann eigentlich ein Edit-Button sein. Genau, ja. Ist so nicht implementiert. FFF geht davon aus, wenn du Admin bist, willst du dieses Formular anzeigen im Frontend. Wenn du als User dran bist, kriegst du das Video. Aber du kannst alles konfigurieren. CSS-Files. Gehen wir in den Media-Ordner. Ich habe hier schon mal eine CSS-Datei erstellt. JDD-CSS ist nicht viel drin. Komm, JDD-CSS. JDD.CSS. Und wir werden, ich logge mich mal kurz aus, wir werden das Bild ganz nach oben stellen, rechts daneben, den Titel und die Beschreibung anzeigen und alles andere darunter. Das ist der Plan. Ich versuche das so schnell wie möglich, weil die Zeit läuft mir ein bisschen davon, umzusetzen, den Titel, dann das Bild und dann die Description. Und jetzt ist es so, standardmäßig rendered FOF sowohl das Label, Titel als auch den Wert, den Titel selber. Da habe ich die Möglichkeit über Label Placement gleich None. die Labels entsprechend zu entfernen. Für die Description brauche ich es auch nicht. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das Basic, das ist vom Fieldset, das Label vom Fieldset, das möchte ich auch noch entfernen. Entferne ich einfach hier das Label. Nochmal, ihr gewinnt keinen Designpreis damit, aber ich habe auch schon Komponenten gesehen, die schlechter aussehen. Okay, wir werden noch ein Fieldset erstellen, Fieldset. Dem geben wir den Namen Advanced und da kopieren wir einfach alles rein, was... Habe ich nicht getestet, müsste ich testen. Aber grundsätzlich, ja, im Prinzip ist das gleiche, ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Okay, und wir werden unsere CSS-Datei ein bisschen modifizieren, damit wir die Labels in dem Advanced Fieldset ansprechen können, die möchte ich fett formatieren. Dazu gehe ich in die CSS-Datei, sage Site. Der Name eines Fieldsets wird immer als ID gerendert. Sage Advanced und holen wir alle Labels und sage Front Rate hatte ich schon. Zack. Und schon kann ich mit CSS meine Frontend-Komponente ein bisschen zahlen. Okay, wir haben noch ein kleines Problem, auf das ich eingehen möchte. Der Rest ist wirklich gleich. Ich müsste jetzt noch die Schiffslistenansicht ähnlich vorgehen und die Schiffsdetailansicht, aber das ist wie gesagt das Gleiche. Das Datum könnte ich jetzt noch anders formatiert ausgeben, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Eine Sache, ein Problem haben wir noch und zwar, wenn ich im Backend bin und jetzt ein Item deaktiviere, eine Tour deaktiviere. Ich habe die Comedy-Tour, Comedy-Hafen-Rundfahrt deaktiviert und aktualisiere die Frontend-Ansicht. Meine Comedy-Tour wird immer noch angezeigt. Das ist natürlich für das Frontend kein gewünschtes Verhalten. Deswegen kann ich ein Verhalten hinzufügen. Das ist das, was wir eben mit den Filtern angesprochen haben und dieses Verhalten, es gibt mehrere Verhalten, die FOF standardmäßig mit ausliefert. Eins davon ist Enabled. Enabled macht genau das. Es setzt einen Filter auf nur, zeige mir nur Published-Einträge an. Es gibt noch mehr, du kannst Access mit einbauen, du hast ein Own-Behavior, wo du wirklich sagen kannst, okay, wenn du eine Ticket-Komponente oder sowas schreibst, Subscription, zeige mir nur die Einträge des Users an, all das, ohne dass du eine Zeile Code schreiben musst. Also eine Zeile musst du schon schreiben, aber kein PHP-Code. Dafür gehen wir in die fof.xml und definieren für das Frontend ein anderes Verhalten als für das Backend. Ich definiere das mit einer Wildcard für alle Models, weil ich möchte, dass alle Models eben nur die Published-Einträge gezeigt werden und sage einfach hier Behavior Enabled. Wenn ich das jetzt aktualisiere, haben wir genau die Funktionalität. Zwei-Zeilen-Code. Das Problem ist jetzt, unsere Filter werden nicht mehr funktionieren. Wir haben keine Filter-Eigenschaft mehr, weil wir überschreiben mit diesem Behavior das Behavior, was wir in der Common definiert haben. Genau, ich könnte jetzt natürlich einfach Filters hier mit einsetzen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann sagen, merge es mir, führe es zusammen. Nehme die Filter aus dem Backend und nehme die neuen Filter aus dem Frontend, was ganz cool ist. Wenn ich das jetzt aktualisiere, sollte ich. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Sollte der Filter wieder funktionieren? Das tut er noch nicht. Ich muss da kurz gucken. Ich müsste jetzt in die Dokumentation gucken. Ich glaube, das Merged-Attribut habe ich falsch aktiviert. Oder hatte ich da einen Fehler? Wir machen einfach folgendes. Ich checke... Das ist ganz zufrieden. Bitte? Das ist ganz zufrieden. Ich glaube, es funktioniert aber trotzdem nicht. Ich checke jetzt einfach mal die nächste Branche aus. Ich habe jetzt keine Lust, in die Dokumentation zu gucken. Nein, Leute. Das will ich jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Nein, Leute. Ja, ich hatte es eigentlich richtig geschrieben. Oder seht ihr einen Unterschied? Der Filter scheint gerade nicht zu funktionieren. Ich werde das mal kurz... Kann sein, dass er mit der Wildcard Probleme hat. Nur für das Tours-Model, also nur für ein Model deaktivieren. Und ich hoffe, dann kriegen wir es. Ja, dann funktioniert es. Also mit der Wildcard scheint er da Probleme zu haben. Ich habe es jetzt konkret für dieses Tour-Model definiert. Ich müsste es jetzt auch noch für mein Chips-Model zusätzlich definieren. Müsste ich mir jetzt nachgucken, woran genau das liegt. Okay, das war es soweit. Um euch FVF mal kurz zu präsentieren. Zwei Features habe ich ein bisschen genauer dargestellt. Zum einen das Gaf-Folding-Feature, was euch ermöglicht, schnell eine Komponente oder Joomla-Erweiterung zu prototypen. Zum anderen die XML-Forms, mit denen ihr eure Views konfigurieren und erstellen könnt. Wir haben eine fertige Backend-Komponente, die ist komplett einsetzbar. Und wir haben einen Frontend-View. Ja, mein Gott. Der ist nicht schön, aber er funktioniert. Und ich habe die Möglichkeit, ihn jetzt weiter zu konfigurieren. Oder ich könnte auch einfach das normale PHP-Template fürs Frontend verwenden und dort meine ganz normalen, klassischen PHP-Template erstellen. Gibt es noch Fragen? Ganz normal, klassisch router.php Rätsel. Genau. Mit dem einzigen Unterschied, dass der View dort groß geschrieben wird. Aber es funktioniert auch ganz schön. Make-up-Task zum Controller haben wir mit dem Alter nicht. Genau, also alles, was darüber hinausgeht, musst du zusätzlich natürlich erstellen. So clever ist momentan noch kein Rapid Application Development Framework. Aber ihr seht, für die klassischen Prototype-Geschichten, für die klassischen CRUD-Applikationen ist das ein cooles Feature, ein cooles Tool. Ich kann jedem empfehlen, sich es mal anzuschauen. Es ist nicht für jedes Projekt geeignet. das ist klar. Wenn ihr viel selber anpassen müsst, könnt ihr FOF einsetzen und durch die FOF-Features wie Namespacing, wie Dependency Injection Container, wie HMVC, wird euch auch die Arbeit mit klassischen oder komplexeren Komponenten erleichtert. Ihr habt coole Features mit dabei. Namespacing zum Beispiel ist etwas, ja, mein Gott, ich möchte mein Backend Model eben einfach erweitern und nur das hinzufügen, was ich letztendlich im Frontend brauche und ich möchte nicht das komplette Model noch mal einschreiben. Wie flexibel ist das? Das heißt, kann ich halt eine Seite einweiten? Ja, also die XML-View-Files, die sind natürlich in der Flexibilität begrenzt. Da geht natürlich nur das, was sich irgendwer schon mal ausgedacht hat. Aber du kannst, wie gesagt, das einfach austauschen und du hast sogar zusätzlich, wer mit Laravel schon gearbeitet hat, noch eine andere Möglichkeit, deine Views zu erstellen. Du hast die Blade-Template-Engine mit drin. Das heißt, du kannst auch Blade-Templates erstellen. Warum das unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Blade ist vielleicht auch nicht die beste Template-Engine, die so auf dem Markt ist. Hilft dir aber zum Beispiel ganz gut, Views zu verschachteln. Wer mit Blade schon gearbeitet hat, weiß, dass ihr Views ineinander verschachteln könnt und einfach erweitern könnt. Du kannst Blade auch erweitern, du kannst eigene Syntax schreiben und so weiter und so fort. Wer es braucht, ja, kann es benutzen. Ich würde es, ja, in der Fall wahrscheinlich nicht benutzen. Genau, kannst du in Events dich einklinken, du kannst das Model natürlich standardmäßig überschreiben, dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr PHP-Code, als wir das heute gezeigt haben. Und Plugins funktioniert auch. Ja, natürlich sogar noch viel mehr. Ich habe leider keine Benchmarks. Nimm tatsächlich wirklich was. Hast du getestet? Ja, der Code, der ausgeführt wird, ist letztlich die gleiche Menge. Der wesentliche Unterschied ist nur, dass er jetzt das, was eben normalerweise immer wieder couple-pastet wird, im FAF geliefert wird. Aber die Code-Menge, die ausgeführt wird, ist praktisch dieselbe. Wenn ihr performance-sensitive Applikationen mit FOF gestalten wollt, entwickeln wollt, dann würde ich mir das vorher auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so performant ist, aber ich müsste es testen. Ich könnte... Wie gesagt, FOF, Framework, On-Framework, es baut auf dem Joomla-Framework auf. Wenn ihr das Joomla-Framework schon kennt, dann kommt ihr damit wunderbar klar. Ihr könnt alles benutzen, das ersetzt es nicht, sondern setzt sich drauf und bindet ein paar coole Features ein. Gut, dann vielen Dank. Applaus Vielen Dank.